So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Letzweil GTA 3. Wir fangen heute nochmal neu an mit dem chinesen Adieu, Chucky Lichong. Das kennen wir ja mittlerweile das Intro, auch das Video dazu kennen wir mittlerweile aus der letzten Folge. So, wir sollen aber irgendwo, wo wir ihn holen. Na gut, jetzt müssen wir da mal Waffe geholt. Oh, wie groß ist das? So müde wie der die Verpackung ist. Das wäre gleich ganz viel geil. So, dann fahren wir mal wieder da hin. So. So. Und da. Das war's für mich. so diesmal haben wir den typen erledigt die pistole ist jetzt im nation vorrätig dann haben wir das so weiter und wir machen weiter mit der nächsten mission und mit unseren freunden wie heißt er jetzt danach kann man mit sich um die ich denke ich mache mal ein bisschen von dem jungen geben hier so dicke transporter Okay. Okay, wir haben wohl wieder Zeitlimit, weil wir müssen einen Geldtransporter von der Straße holen. Also, fahr mal mit dem Lieferwagen hier vorne, wenn ich ehrlich bin. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, okay, dann fahren wir mal los. Der muss hier vorne irgendwo sein. Okay. Okay, das wird eine Weile da oben, sollt ihr noch nie mal da unten kriegen. What's that noise? What's that noise? They don't speak to me. Oh, there you go. Oh, here we go. I'm 62 years old, damn it. Oh, young folk, making trouble. Pass auf. Oh! We have 73 in the ultimate train. Oh, there seems to be a bad one. Oh, oh, oh. We have the second. ... Nein! Schau nicht ab, wie da ein. So, wir müssen den Kopfwagen mit Zylinder zum Hafen schaden, was ist denn? So, raus ist der Fahrzeug, okay. Damit haben wir das erledigt. Dafür die 20.000. Der Bro bietet dir eine Chance. Über den öffentlichen Fernsprecher in Happen Hates. Erfährst du? Wäre es, okay. Gut. Aber... Okay, dann fahren wir wieder zurück. Mach weiter mit Joe. Gut, dann haben wir das mit dem Chinesen noch erledigt. Wir haben den Geldtransporter an Lidio. Wir haben ihn mittlerweile zum Beispiel ein bisschen gut dabei mit dem nächsten. Das ist der Fernsprecher, der hier ist. Aber der ist jetzt gerade relativ uninteressant. Ciprianis. Schöpfer. Okay. Okay. Okay kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Okay. Autofahren können wir ja. So. 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 Wir arbeiten natürlich für die Waffe. Wir sind nämlich da so ein bisschen. Keep the engine running. This ain't a social call. So. Dann fahren wir mal hier raus. Wir sehen uns halt auf. Okay, cool. Bloc找a. Ich опас Sachen tukst ja dann noch die Autのは bis jetzt. Ich Пamente. ��. Und Leas. Wouli? — sieок. Die Karte ist wie ein Panzerfrau. so ein bisschen ärgerlich auf uns aber ja auch gut die triad think they can mess with me the triads with me drop by later their own bloodstained clothes 3.000 für das bisschen an mission bisher also kriegen dann echt gutes geld wir haben schon fast 50.000 so weiter geht's ich habe es gehört irgendwas mit leser haben was bekommen ich weiß nicht genau war diese woche hat sich egal wir machen weiter mit der nächsten wir arbeiten jetzt gerade dass man so wie ab würde ich sagen willst du noch mehr zucker auf die brochen haben bringen sie zu in der garage in portland okay das was wir vorhin gemacht haben in einem kommen wir jetzt mit dem fahrzeug okay wunderbar so weiter geht's der tote passagier die letzte mission vorher gut 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 den wäscher stadtamäßig heißt hier mafia oder einer guitar ja ist er ja sentinel ist wie gesagt er wird geschützt bb seit drei jahren so genau ja da können wir uns ja mit dabei aus da kommen wir nicht hoch okay die karen nicht hier vorne irgendwo Ach, die sollen, die müssen jetzt die Typen da ankommen. Oh, die kommen auch mit Rassen bereit. Ja, keine Schöne, die Schöne jetzt gerade. Die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne! Die Schöne, die Schöne, die Schöne! Okay. So, jetzt legen wir die Karaona von denen. Okay. 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 Kommen wir mal mit der Karauder direkt. Dann war das auch weg. Oh, ich hab wirklich Spaß zurück. So verdient man dem Bein auch noch ein bisschen Kohle. So. Dann haben wir... Oh, voll raus. So. Ah, dann haben wir das auch weg. In der Back. Dann fahren wir zurück zu Joey. Okay, wegen der Gesundheit hierhertipps. So, eigentlich war es der andere Plan. Okay, dann hab ich das jetzt wieder zu klären lassen. Wunderbar. Und mein Auto ist natürlich okay. Ist ja nett. Okay. Okay, Kopfautos sind natürlich nicht machbar, klaubar gerade. Der nicht. So, dann haben wir die Mission auch Karaoke geholt. Gut. Äh, dann war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3. Bitte jetzt mal gleich weiter.